Ja hallo, hier ist Mr. Kira, Where's El mit Mr. Cool Dustin! Das den Sack, hallo, hallo! Oh, scheiße, ich hab's keinen Bock aufgemacht. Egal. Und ich mache ein Werbevideo für Mr. Cool Dustin. Cool und Astin. Eigentlich ist der nicht cool, sondern er ist ein Gott. Oh, nein, Scherz. Hier seht ihr zum Beispiel sein Dustin-Sync-Pokemon-CD der Staffel 1. 1. 1. Das zu immer, wir mit dem Video kommen, das ist doch. Ja, und hier die zum Beispiel, dass ein Profitbild da lächelt. Also, er lächelt nicht gerne. Doch. Ja, das ist das für mein Gesicht, nur ein bisschen Geld. Also, das ist ein halb Japaner und halt Deutscher. Ja. Und er ist Dent-Up-Comedie. Mhm. Und er hat 6. ab 6.40 Abonnenten. Und ich gönne mir weniger, nein, Scherz mehr. Ja, ich brauch mindestens 4. Nein, also er wird vielmehr Abonnenten, weil sein Ex-Fail und es wird lustiger Typ. Die Kamerächtigkeit und er ist gerade sein Labello auf. Und er guckt gerne Twilight-Filme, zum Beispiel ein Lieblingsfilme. Der hat jetzt geschrieben, Twilight, High School Musical, sowas mag der gerne. Und Einflüsse sind zum Beispiel Tech-Fail, Bernie Baum, Matt und er hat unseren Namen vergessen, mit Sekiro SL. Hat nicht mehr angepasst. Hat nicht mehr angepasst. Hat nicht mehr angepasst. Aha, okay. Und er wohnt in der Tech-Wegie. In der Tech-Wegie. Ja, aber er ist kein Inder. Ja. Du, jetzt könntest du mal das denn hören. Sag mal das denn. Sag mal paar Wätze über dich. Jo. Ähm. Äh, mein Telefon klingelt. Äh, mein Telefon klingelt. Äh, mein Telefon klingelt. Moment, selbst gleich. Ja. Ähm. Ja. Äh. Was soll ich noch sagen lassen? Der macht Zeit Pokémon Let's Play. Smaragd. Und. Er hat mit mir Dokicom Let's Play gemacht. Mit mir zusammen. Ja. Hier ist zum Beispiel ein Video, wo der sagt, es ist Tech's Pizza. Nur Leute. Ja. Die Tech's Max Pizza. Oh, das war so lecker. Hier ist der eigentlich das. Das ist das, der ein kleiner knuffeliger Junge. Guck mal so hin. Ja. Und er hat schon 65 Videos möglich gerade. Ja, das ist echt ein guter Fortschritt. Und zum Beispiel dann Let's Play, andere Let's Play, empfiehlt der zum Beispiel uns auch. Guck mal, uns. Ja, da ist irgendein japanisches Zeichen, was niemand versteht, aber es ist. Das japanische heißt Death Note. Japanisch Death Note heißt Death Note. Ja, das ist das, wenn jemand zum Beispiel auch wissen wollte. Das war's eigentlich auch. Was war's eigentlich auch? Was war's? Was war's? Was war's? Das ist ein guter Death Player. Ja, genau. Und der ist der Homi von Tech, aber also abonniert ihn. Ja. Und das nur, weil er mit seiner Schwester... Ja. Hey, das sagt, wir dürfen nicht gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.